Um Top-Leistung abzuliefern, brauchst du starke Partner im Rücken, die dich unterstützen. Wer das bei uns heute ist, erklären wir in der heutigen Folge. Ja, bevor wir anfangen, stelle ich gerne mal ein neues Gesicht vor. Diejenigen, die unser Video gesehen haben oder unsere Seite besucht haben, werden ihn schon kennen. Das ist mein lieber Vertriebler Florian Daube. Wer hier ab und zu anruft, kennt ihn auf jeden Fall. Florian ist seit der Ausbildung bei HTH und wir haben dich gerne übernommen und mittlerweile wuppst du hier den Vertrieb schon ganz ordentlich. Wir sind froh, dass du da bist und du hast ja auch, aber neben deinen vertrieblichen Aufgaben bist du auch gewissermaßen einer unserer Lenovo-Experten. Und da Lenovo unser größter Partner ist, sitzt du heute hier. Schön, dass du Zeit hast. Hallo Roland, freue mich hier zu sein. Genau. Ja, Florian, wir haben uns ja vor Anno dazu mal so genau, weiß es jetzt auch keiner mehr, für Lenovo entschieden. Manche IT-Dienstleister bieten halt das an, was gerade da ist. Ist vielleicht in der jetzigen Situation auch mal ganz nett, die Herangehensweise, denn Warenverfügbarkeit ist ja so ein Thema. Aber im Grunde haben wir einen Lenovo-Fokus. Ja, was spricht für dich dafür, dass man sich da auf so eine Partnerschaft einlässt? Ja, Partnerschaften generell sind ja für uns als Händler immer von Vorteil. Gerade bei Lenovo hat man ja spezifischer Ansprechpartner für jeden Bereich, sowohl im Infrastructure- als auch im PCN-Bereich. Hat für uns den Vorteil, wir haben immer jemanden, an den wir uns wenden können, auch wenn es gerade bei der Warenverfügbarkeit Probleme gibt. Wir werden nicht quasi an der Support-Hotline verwiesen und haben quasi den direkten Draht zum Hersteller. Ja, das stimmt. Also dieser Draht zum Hersteller, den braucht man auch natürlich immer dann, wenn es ein bisschen komplexer wird oder wenn die Hütte mal brennt und das passiert auch. Da kann sich sicherlich kein Hersteller von freisprechen. Es ist halt immer die Frage, was funktionieren die Prozesse in solchen Fällen dann auch gut. Wir sind ja jetzt als IT-Dienstleister, wie das Wort schon sagt, wir brauchen die IT-Hardware und wir brauchen Dienstleistung. Wir kombinieren das alles. Also bei uns wird die Ware in der Regel nicht so durchgeschoben und dementsprechend braucht man auch schon mal technische Unterstützung oder Service-Unterstützung. Ja, was spricht für dich jetzt so, gerade für Lenovo als Partner? Wo siehst du da jetzt für dich in deinem täglichen den Vorteil? Der große Vorteil von Lenovo ist ja quasi, dass sie damals von IBM die Think-Sparte übernommen haben. Das war ja damals schon ein weit etabliertes Produkt, was ja auch technisch gesehen recht ausgereift ist und seitdem auch immer weiterentwickelt wird. Und das ist quasi, arbeiten wir ja hier auch mit Lenovo-Geräten, ist eine solide Basis, auf der man quasi sein tägliches Arbeitsgeschäft durchführen kann. Gerade im Hinblick auf Service zum Beispiel. Man hat ein kaputtes Notebook, ist runtergefallen, kann ja immer mal passieren. Wir sind zertifizierter Reparateur. Genau, wir sind zertifizierter Reparateur. Dementsprechend, wenn man ein kaputtes Gerät hat, kann man sich an seinen nächsten Business-Partner wenden, in dem Fall zertifiziert für die Reparaturen und muss sich nicht an eine Service-Hotline beim Hersteller wenden und das Gerät dann einschicken und man bekommt es erst sechs Wochen später wieder. Ja, also wir führen diese Garantie-Reparaturen im Namen von Lenovo durch, heißt also der Anspruch, den ein Kunde im Rahmen einer Garantie hat, den überträgt dann Lenovo, sagen wir mal, die Ausführung davon auf uns und ja, ist für den Kunden natürlich netter, wenn er halt wirkliche Menschen hat als eine Hotline. Ich weiß, da sitzen auch echte Menschen, aber es kommt einem in der Situation manchmal nicht so vor. Ja, wir tun noch ein bisschen was dafür, für unseren Status. Das heißt, wir müssen uns im Bereich Server, ganze Server-Sparte müssen wir uns auf dem aktuellsten Stand halten. Da müssen wir auch Zertifikate erwerben, ebenso wie bei PC und dann ist es auch mit Umsatzzielen verknüpft, korrekt? Genau. Man hat als Partner, je nach Status, hat man eine gewisse Spanne, die man erreichen muss, sowohl an Zertifizierung als auch am jährlichen Umsatz und da sind wir halt aktuell in den Gold-Stati untergebracht. Genau. Also klar, auf den Umsatz sind wir natürlich auch stolz, den wir damit machen, aber für den Kunden, für den Interessenten heißt es, wir haben halt auch wirklich Alltag. Wir beschreiten unseren Alltag mit den Geräten und da ist auch entsprechende Kompetenz vorhanden im Handling. Ja, und das ist natürlich für den Kunden an sich ein schöner Vorteil. Klar, verkaufen wir auch schon mal hier und da andere Sachen. Aber wenn es denn sein muss oder wenn der Kunde das auch explizit wünscht, aber der große Vorteil ist da natürlich im Zusammenspiel. Ja, und klar, wenn man so eine gewachsene Partnerschaft hat, kennt man natürlich auch die eine oder andere Abkürzung, wie man in so einem, wir als kleiner Mittelständler, als kleines mittelständisches Unternehmen und mit dem großen Konzern kennen wir natürlich dann auch so die eine oder andere Abkürzung, um bestimmte Sachen zu beschleunigen. Das ist schön. Ja, genau. Also eine Partnerschaft sollte man auf jeden Fall dahingehend eingehen, wenn man als Kunde, also als Unternehmen, wenn man die entsprechenden Vorteile nutzen möchte. Ja, diese und andere Themen haben wir natürlich auch im Newsletter aufbereitet. Der ist pekepacke voll mit entsprechenden Informationen. Ab und zu schreiben wir auch mal was zu Lenovo dazu. Auch Lenovo gibt schon mal neue Produkte raus. Ich glaube, jetzt gibt es gerade eine neue SyncStation oder wie? Genau, die ISG-Bereich geht gerade in die nächste Generation und die V2. Da gibt es diverse Neuerungen, die wir aber in den neuen Schulungen definitiv mit aufgreifen. Perfekt, gut. Ja, also wer bei sowas, bei solchen Themen auf dem aktuellen Stand gehalten werden möchte, geht einfach auf unsere Seite, meldet sich zum Newsletter an und da findet ihr dann viele schöne Infos dazu. Genau. Ja, Florian, danke für deine Zeit. Ja, aber gerne noch. Freut. Wir können sicherlich, bist du auch bei Microsoft, bist du auch ziemlich fit, da können wir gerne demnächst nochmal eine Folge machen. Also, falls ihr jetzt Florian als Speaker nochmal hören möchtet, hört auch nochmal später gerne rein und dann danken wir für eure Zeit und bis demnächst. Tschüss.